Ein nicht durchdachter Plan und gleich mehrere falsche Entscheidungen bringen einen 13-jährigen Schüler in die Notaufnahme. Schmerzen inklusive. Auch diesmal ist Medizinerin Birgit Maas gefragt. Riecht dich einmal hier. Dann können wir genau... Geht das? Genau. Mach auch Kopfschall ein bisschen hoch. Boah, du bist ja ordentlich dreckig. So, jetzt gucken wir einmal. Er hat mir nur gesagt, er ist in der Baugrube gefallen. Na, mit dem Skateboard reingefallen. Ja, aber was machst du? Das ist doch nicht schlimm. Das passiert doch immer. Herr Müller, jetzt noch mal ganz in Ruhe. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, er wohnt ja jetzt gerade im Moment bei mir. Und er ist nicht aus der Schule gekommen. Ich habe Reibekuchen gemacht, weil das sein Lieblingsessen ist. Ich mache ja immer gerne alles für ihn. Und er kam aber nicht aus der Schule. Ja, und dann bin ich halt mal gucken gegangen. Und direkt um die Ecke eigentlich, da liegt er da am Straßengehaben. Sitzt er da mit seinem Skateboard verletzt. Gucken Sie mal, wie der aussieht. Er war aber ansprechbar. Schmutzig. Er war ansprechbar, ja. Aber sein Bein tut wieder oder sein Fuß. Und ich mache mir solche Sorgen. Also er sagt, er ist in eine Baugrube gefallen. Ja, und ein Skateboard. Das passiert doch immer mal. Ja, aber das ist doch nicht normal. Ja, doch, ich mache mir Sorgen. Frau Müller, aber jetzt ist er ja erst mal hier und wir gucken mal. Und ich kann Ihnen versichern, Jungs in dem Alter haben schon mal Unfälle. Aber wir gucken jetzt erst mal. Ich würde ihn erst mal gerne untersuchen, um zu gucken, was er macht. Aber ich mache mir so Sorgen, weil ich bin ja jetzt verantwortlich für ihn. Seine Mutter ist ja nicht da. Die hat sich gerade erst getrennt von ihrem Mann. Und die sind gerade erst hierher gezogen. Und er besucht jetzt eine neue Schule. Und irgendwas ist da doch im Busch. Das ist ja nicht normal. Na ja, vielleicht hat er eine... Frau Müller, kleine Frage. Weiß die Mama denn schon Bescheid? Nein, die Mama weiß noch nicht Bescheid. Die Schürfwunden am Kopf waren jetzt nicht besonders tief, auch nicht besonders prägnant. Allerdings war er sehr schmerzempfindlich im Sprunggelenk. Hier muss man auf jeden Fall kontrollieren, ob hier irgendwas frakturiert ist oder die Bänder gerissen sind. Das tut dir schon so weh, ja? Ganz leid, aber noch nicht so doll. Okay, hier tut es ja auch schon weh. Also wir können jetzt hier noch keine Hämatome sehen. Aber nichtsdestotrotz würden wir das einmal röntgen, weil gerade hier, kommen wir in dem Bereich, klar, die Knochen sowieso, da kann natürlich was gebrochen sein. Aber hier sind auch ganz, ganz viele Bänder, die das Gelenk so ein bisschen zusammenhalten. Ohne die Bänder würde das gar nicht so gut funktionieren. Und das kann natürlich sein, dass die Bänder hier gedehnt sind oder gerissen sind. Es kann aber auch sein, dass hier das Sprunggelenk gebrochen ist. Deswegen machen wir auf jeden Fall ein Röntgen. Frau Doktor, ich habe irgendwie Bedenken, dass da irgendwas nicht stimmt. Also man hat mir ja gesagt, also meine Nachbarin hat mir erzählt, dass die Schule keinen besonders guten Ruf hat, in die er jetzt geht. Und ich habe so eine Angst jetzt, dass vielleicht wird er ja gemobbt von den Klassenkameraden. Oder musstest du eine Mutprobe machen? Oder so, das ist, also ich habe so eine Angst und mache mir Sorgen. Ich bin nur ganz normal Skateboard gefahren, wie jeden Tag. Frau Müller, das können wir jetzt hier gerade nicht klären. Was für uns wichtig ist, ist zu klären, ob jetzt hier mit dem Fuß was gebrochen ist und wie es dir denn sonst auch geht. Zum Beispiel, kannst du alles noch richtig sehen oder hast du im Mund auch nicht irgendwas Besonderes? Ich habe ganz leichte Kopfschmerzen, aber nicht so schlimm. Übel hast du gesagt, ich bin ein bisschen übel. Ja, das ist gut. Hast du denn was Falsches gegessen oder war das jetzt, die Übelkeit war danach erst? Ja. Okay, also nochmal. Wir klären das natürlich ab, Frau Müller. Gut, wenn die Mutter auch Bescheid weiß dann und vielleicht auch herkommt, denn ich würde ihn gerne hier für 24 Stunden stationär aufnehmen. Ich kann Ihnen auch erklären, warum. Momentan geht es ihm ja gut, aber wenn man auf den Kopf gestürzt ist, kann es immer wieder dazu kommen, dass Zeit verzögert irgendwelche Probleme auftreten. Und da wollen wir natürlich direkt eingreifen, wenn es soweit ist. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal zum Röntgen. Ich war mir ziemlich sicher, dass Elias hier was zu verheimlichen hatte. Da hatte ich genau das gleiche Gespür wie seine Oma. Für mich war natürlich jetzt auch wichtig, was war jetzt tatsächlich an Unfall passiert. Du bleibst bei deiner Aussage, du bist in die Baugrube gefallen. Ja, mit dem Skateboard. Mit dem Skateboard. Hat auch nicht aufgepasst. Ist das Skateboard denn noch ganz? Ich glaube schon. Gut, das ist ja schon mal etwas. So, jetzt gucken wir mal, ob der Fuß noch ganz ist. Wie es danach weitergeht, hängt von der Diagnose ab. Während Elias Oma Helga ein paar Sachen für ihren Enkel holt, wird der 13-Jährige nach dem Röntgen stationär aufgenommen. Lange allein bleibt der Neuzugang in seinem Patientenzimmer allerdings nicht. Hallo Elias. Oh, du hast ja schon Besuch. Ja, ich bin neuer Klassenkamerad. Ah, das ist ja toll, dass du dann gleich sofort mit dazu gekommen bist. Bei dir alles soweit in Ordnung? Okay, dann gucke ich nochmal hier hinten. Sag mal, was ist jetzt das Ding? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Keine Ahnung. Es war schon recht merkwürdig, dass der Elias mit seinem Freund so getuschelt haben. Irgendwas war da im Busch. Ich habe nur verstanden, irgendwie das Ding, hast du das oder irgend so was. Ich konnte mir keinen Reim draus machen. Ach, du hast ja einen Freund da. Hallo. Ein Klassenkamerad. Ja, ich bin der Tobias. Ah, hallo Tobias. Weißt du vielleicht was, was dahinter steckt? Der lässt sich ja alles aus der Nase rausziehen. Also das ist... Ich weiß nix. Du weißt auch nix, was da passiert ist? Ja, meine Güte, hör mal. Verstehe ich überhaupt nicht. Mach mir so Sorgen jetzt. Alles gut. Du wirst, wird der vielleicht gemobbt von irgendwelchen Klassenkameraden. Nö. Weißt du auch nicht. Oder, da habe ich ja eben schon mal gefragt, eine Mutprobe vielleicht. Musstest du irgendwas machen? Ja, das macht doch nicht einfach so. Aber ich habe, ich habe... Ach, da ist unsere Ärztin. Genau, die kommt auch mal. Das darf er aber jetzt leider nicht essen. Sie können das gerne hier lassen, aber ihm war ja vorhin nicht so gut. Und wir wissen ja noch nicht, ob das jetzt von dem Sturz kommt. Ja, dann können Sie nicht gleich essen. Danke, Oma. Aber Sie riechen auf jeden Fall fantastisch. Das kann ich schon mal sagen. Ja, das ständig ist ja schon mal sehr. Genau, so gut. Dann wollen wir gleich raus. Elias, an dem Fuß, da war jetzt nichts gebrochen. Das ist eigentlich ganz gute Nachricht. Aber es tut natürlich noch schrecklich weh, weil, wie ich vorhin gesagt habe, man hat ja auch noch jede Menge Bänder. Und wir gehen da jetzt von der Bänderdehnung aus. Das heißt, das wird sogar fast ähnlich wie eine Fraktur behandelt. Du wirst das jetzt die nächste Zeit erstmal ruhig stellen. Du hast ja auch schon so eine Bandage da drum. Gucken wir jetzt, ob das noch anschwillt. Ansonsten habe ich ja gehört, Pupillenfall jetzt unauffällig alles. War eigentlich soweit alles in Ordnung. Was machen denn die Kopfschmerzen? Sind ein bisschen besser geworden. Das ist doch schon mal gut. Und Besuch hast du auch, sehe ich gerade. Ja. Ja, das ist doch perfekt. Warst du jetzt auch mit dabei? Äh, nee. Ich habe nur gehört, dass er halt jetzt hier ist und dann wollte ich mal besuchen. Okay, wenn sonst weiter nichts ist, wie gesagt. Ich kann die Reibeplätze auch gerne da drüben hinstellen. Genau. Dann gucken wir mal. Ich stelle die mal an dein Bett. So. Perfekt. Was hast du denn da? Oh, das sieht aber... Setz dich nochmal gerade hin. Setz dich mal bitte hin. Was ist denn da passiert? Das ist noch ein bisschen... Da sind aber ein Fremdkörper drin. Ach du hier, da ist ein Turm drin, ne? Das sollten wir uns aber nochmal angucken. Na, jetzt haben wir noch einen Verletzten hier. Das ist aber komisch. Du, das würde ich dir mal ganz gerne angucken. Aber vielleicht rufen wir dann vorher deine Mutter mal an. Aber wie alt bist du? Du bist doch auch erst... Dann müsste ich aber deine Mutter mal eben anrufen, wenn unsere Ärztin was machen will. Hast du da irgendwie eine Telefonnummer von deiner Mama? Der Tobias hat ja lange seine Verletzung am Bein verheimlicht. Und da habe ich mir gleich gedacht, also das hat mit Sicherheit auch mit Elias Verletzung was zu tun. Aber die Jungs haben geschwiegen, die haben nichts dazu gesagt. Ich bin eben ein bisschen misstrauisch geworden, weil ich hatte so vorher den Eindruck, dass du das so ein bisschen versteckt hast irgendwie. So. Ich gucke einfach nur mal. Was ist das? Sind das Splitter oder Dornen? Oder sag mal, das ist ja merkwürdig. Du hast hier auch so eine Verletzung. Wo bist du denn da gestürzt? Das ist ja merkwürdig. Auch dein Freund ist auch gefallen. Okay, wir brauchen mal Kompressen. Du weißt, dass er schon im Krankenhaus ist. Auf die Frage, ob Tobi sich bei dem gleichen Unfall so verletzt hat, hat er das verneint. Das wäre was ganz anderes gewesen. Ich muss aber schon sagen, natürlich kriegen wir es raus, was hier das Problem ist. Aber mit der Hilfe des Patienten wäre es sehr viel schneller gegangen. Und manchmal spielen wir eben auch gegen die Zeit. Ihr wart doch zusammen unterwegs. Guck mal, das ist genau der gleiche Schmutz. Dann hast du eben so die Wunde verdeckt. Entschuldigung. Und ich glaube einfach, dass ihr was verheimlicht. Ich bin auch eine Mutter. Ich rieche sowas. Ich habe davon auch so komisch getuschelt. Da habe ich doch auch gefragt. Okay, Schweigen ist manchmal auch viel. Scheinbar willst du da ja nichts zu sagen. Die Dornen, die sind draußen. Das ist natürlich immer ein bisschen gefährlich, weil die Dornen ja natürlich nicht ganz sauber sind. Und wenn die so richtig unter die Haut gehen, dann kann das sich richtig infizieren. Das kann sogar, wenn man das nicht behandelt, echt bis zu einer Blutvergiftung gehen. Deswegen war das jetzt ganz gut, dass wir die rausgezogen haben. Du musst aber jetzt die nächsten Tage gucken. Das werde ich deiner Mutter auch gleich noch sagen. Ob sich irgendwas entzündet, ob das rot wird, heiß wird, dick wird. Dann müsst ihr natürlich noch mal zum Kinderarzt. Okay? So, aber jetzt noch ein letztes Mal. Ich merke doch, dass da irgendwas faul ist. Ich kann da jetzt nicht wirklich was zu sagen. Also, das war mir alles seine Idee. Was war seine Idee? Ah, nichts. Tobi hat hier absolut dicht gehalten. Hier gab es irgendeine Übereinkunft der beiden Jungs, sodass wir hier gar nicht weitergekommen sind. Und dann gab es auf einmal einen Notfall. Ich glaube, euch beiden das nicht so ganz. Aber gut, egal. Also, wie gesagt, wenn irgendwer jetzt nicht raus... Doktor, Frau Doktor, das stimmt. Ich bitte, dem ist total übel. Ich glaube, der muss sich übergeben. Wo ist er denn? Ich bin auf der Toilette. Elias? Ich komme mal kurz rein. Was ist denn los? Ich bin total verurscht. Mir ist total übel. Blick dich einmal... Oder warte, ich hole direkt einen Rollstuhl, dann machen wir direkt mal eine Ultraschall. Wie der Erwarten soll sich der Ursprung allen Übels im Darm des 13-jährigen Patienten finden. Zudem lässt die Ultraschalluntersuchung erahnen, dass Elias für sein Unwohlsein und die Schmerzen womöglich sogar mitverantwortlich sein könnte. Ja, okay, ich habe gesehen, was ich sehen wollte. So, wir machen dich einmal sauber und dann, denke ich, müssen wir einmal kurz reden. Im Ultraschall konnte ich eindeutig einen Fremdkörper im Darm erkennen. Der Fremdkörper war auch dafür zuständig, dass sich hier der Kot aufgestaut hat, nicht weiter abfließen konnte. Und das war auch die Ursache für die Beschwerden. Allerdings konnten wir jetzt nicht rausfinden, was die Ursache für diesen Fremdkörper war und was das überhaupt für einer war und wie ist er überhaupt da hingekommen. Bei dir ist jetzt irgendwas im Darm, ich kann jetzt nicht genau sagen was, was den Ausgang versperrt letztendlich. Ja, so, das heißt, das staut sich da jetzt alles und deswegen ist auch dein Bauch so aufgerieben und tut dir auch so weh. Jetzt erzählt doch mal, was los ist. Was habt ihr gemacht? Was ist da passiert? Wir müssen jetzt natürlich überlegen, wie wir das weitermachen. Also, du bekommst jetzt von uns erstmal einen Zugang, wenn du das gleich machen würdest, wäre gut. Und dann geben wir dir ein bisschen Medikamente. Ja, so, das andere ist, wir versuchen jetzt, also das, was auch immer ist, da ist. Ja, das muss raus. So, das heißt, wir versuchen das jetzt auf natürlichem Wege rauszubekommen. Das heißt, du bekommst von uns ein bisschen was zum Abführen und dann kann das natürlich sein, dass erstmal das schlimmer wird, dass die Bauchschmerzen stärker werden. Ich sage es jetzt ganz offen, es besteht natürlich die Gefahr, dass es nicht von alleine rauskommt. Das heißt, dass wir dann möglicherweise operativ eingreifen müssen oder zumindest eine Darmspiegelung machen müssen und gucken, dass wir da den Fremdkörper entfernen. Denn es wäre gut, wenn die Mutter jetzt wirklich kommen würde. Ja, ich werde sie sofort anrufen jetzt und sie würde sich frei machen natürlich. Also insofern, es ist nicht alles gut, das muss man schon ganz klar so sagen. Ja, ja. Sollte der Fremdkörper nicht ausgeschieden werden, droht dem jungen Patienten ein lebensgefährlicher Darmverschluss. Obwohl Elias Mutter unverzüglich ihre Geschäftsreise abgebrochen hat, schafft sie es erst am folgenden Morgen in die Klinik, gerade rechtzeitig. Mama, hallo. Na, was machst du für Sachen? Oh, alles okay mit der Temperatur. Ja. Wie geht's dir? Gut. Alles gut. Keine Bauchschmerzen? Nee. Nö, jetzt wo der Übeltäter draußen ist. Man kann davon ausgehen, dass wenn ein Fremdkörper erstmal den Oesophagus, also die Speiseröhre passiert hat und im Magen ist, dass er dann auch ausgeschieden wird. Ein USB-Stick. Ein USB-Stick. Den hast du geschluckt? Ich geb ihn dir, Mike. Ist deiner. Vermutlich. Was ist, was, klär uns auf, was hat das damit auf sich? Was ist denn da drauf? Mach den mal bitte. Da steht meine große Liebe drauf. Das ist mir wahrscheinlich jetzt ein bisschen peinlich. Meine große Liebe. Die hat ja auch so ein Geheimnis draus gemacht. Das ist, das ist der Stick von meinem Lehrer. Von Herrn Schink? Ja. Und wir glauben alle aus der Klasse, dass der mit der Direktorin zusammen ist. Und als ich und Tobias da gestern vorbeigegangen sind, war die Tür auf. Dann haben wir halt nicht nachgedacht und sind dann da reingegangen. Bei ihm zu Hause in die Uhr? Ja, und dann haben wir das Ding gesehen und haben nichts da gedacht und haben den eingesteckt. Und dann ist er auf einmal gekommen und dann sind wir halt schnell weggerannt. Und dann habe ich mir den in den Mund gesteckt und bin dann halt in die Grube da gefallen. Bei den Nachbarn bei der Baustelle. Wie kommt man auf so Gedanken nach? Und hast den dabei verschluckt? Ja, aber hier ist der Beweis, dass da die Lehrerin drauf ist. Aha. Was hast du denn gehofft, was du darauf hittest? Warum? Wartet ihr dem Lehrer eins auswischen? Der Motorrad? Der funktioniert noch? Ja. Ach. Ja, jetzt weißt du, was die große Liebe von ihm ist. Motorräder? Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Der ist doch so ein Motorrad-Fan. Ich habe gedacht, da ist die Direktorin drauf. Ja, ihr kommt auf Ideen. Jetzt sitzt die Direktorin auf dem Motorrad. Nee, da ist keiner drauf. Das sind nur die Motorräder. Weißt du, Geheimnisse kommen immer am Ende raus. Ja, lieber sofort sagen. Ich hatte Angst, dass ich Ärger bekomme. Das ist ja schon ein Einbrechen oder so. Gut, also pass auf. Das ist ja das eine, was hinter diesem Stick steht. Aber das war schon echt richtig hart gefährlich. Elias hat sich ja den USB-Stick in den Mund genommen, um ihn verschwinden zu lassen. Das ist ihm auch unfreiwilligerweise gelungen. Er hat ihn nämlich heruntergeschluckt. Hierbei gibt es aber mehrere Gefahren. Einmal kann es natürlich sein, dass er gar nicht in die Speiseröhre gelangt, sondern in die Luftröhre. Was im schlimmsten Fall direkt die Luftzufuhr abgeschnürt hätte, was den Erstickungstod bedeutet hätte. Aber auch, wenn der Fremdkörper den Weg durch die Speiseröhre findet, gibt es hier Engstellen, wo er hängen bleiben kann, Verletzungen zuführen kann. Das ist also nicht ohne unverdauliche Fremdkörper im Mund verstecken zu lassen. Das ist keine gute Idee. Das ist echt gefährlich. Gerade so Fremdkörper, die nicht hier zu verdauen sind, die können immer irgendwo hängen bleiben und wirklich auch ganz fiese Verletzungen verursachen. Ich schaue noch, wo wir jetzt noch operiert werden müssen. Ja. Für so was, für so einen Quatsch. Da bin ich ja froh, dass es noch so glimpflich abgelaufen ist. Darf ich denn jetzt endlich mal die Reibekuchen essen? Ja. Geht's dir dann wieder besser? Elias hatte Glück im Unglück. Sowohl medizinisch als auch privat. Die Benderdehnung wird in den kommenden Wochen abklingen. Und nach einer aufrichtigen Entschuldigung des Teenies verzichtet sein Lehrer auf eine Anzeige.